Hallo, mein Name ist Luca und ich reagiere jetzt auf Fan-Videos. Ich hab mich angeworfen und auch noch in meine Jacke. Essen ist gut für die Gesundheit. Wer kennt's nicht? Essen ist gut für die Gesundheit. Digga. Was... Was habt ihr für einen Intelligenz-Quotienten? Wo war da jetzt der Sinn? Erst tritt er aus einer Tür in einen Raum herein und das Lied läuft, was übersetzt quasi heißt Ich bin schwach und was ist falsch damit? Und dann zeigt er seinen Laptop. Das... Der rote Faden hat hier... Der war komplett nicht vorhanden. Kannst du das auch? Nein, du Spast! Okay. Okay. Warum bin ich in letzter Zeit in so unfassbar vielen von diesen Star-Zeitschriften? Könnt ihr mich da vielleicht nicht mehr drin abdrucken? Oh, ich liebe solche Einsendungen, Freunde. Das ist so schön. Da spielen Leute Klavier und das ist so schön. Und da spielen Leute Klavier und das ist so schön. Und das spielen Leute Klavier und das ist so schön. Was ist das? Richtig! Eine Lampe! Da hast du recht. Das ist eine Lampe. Und was macht die? Richtig! Aus sein! Ich hätte da mal einen Tipp für dich. Wie wäre es denn, wenn du die Lampe einfach mal anmachst? Ich glaube, das macht sie jetzt. An sein! Aus sein! An sein! Aus sein! An sein! Aus sein! Ich hasse Luca reagiert. Ich hasse Luca reagiert wirklich. Ich weiß nicht, ob das auf deinem Bildschirm gerade ein FIFA-Match war, was du da gerade beendet hast. Aber es sah auf jeden Fall so aus und deinem Tisch beziehungsweise den Löchern da zu urteilen, ja, war das glaube ich wirklich FIFA. Übrigens kommt in zwei Wochen eine übelst krasse FIFA-Koop mit Seppel auf meinem Kanal. Also das wird ULTRA DOPE LED DOPE LED. Schreibt mal alle in die Kommentare DOPE LED, wenn ihr DOPE LED seid. Dem Video nach zu urteilen hast du dir bereits mindestens vier Luca-Pizza gekauft, dann hättest du ja nicht vier Smileys am Start und da ist sogar einer von unterschrieben bei. Und ich weiß, dass du in die Caption geschrieben hast bei Twitter, dass du dich gefragt hast, was man denn mit diesen signierten Stickern jetzt genau machen kann, was man denn da gewinnen kann. Ich habe ja vor einiger Zeit gesagt, dass wenn ihr in eurer Luca-Pizza dir gekauft habt, einen unterschriebenen Sticker von mir habt, dass ihr den am besten mal behalten solltet und noch nicht irgendwo dran kleben solltet oder keine Ahnung, irgendwie was. Da werde ich demnächst irgendwie auf Instagram oder vielleicht bei YouTube, ich weiß es noch nicht genau, höchstwahrscheinlich bei YouTube, weil ich da die meiste Reichweite habe. Da werde ich euch genau sagen, was ihr damit machen müsst. Und zwar müsstet ihr den Sticker wahrscheinlich einschicken oder irgendwie so und dann könnt ihr was gewinnen, was ich dann aber noch sagen werde. Nächstes Video. Oh Mann, wo bin ich hier gelandet? Warum bin ich im Gefängnis? Okay, jetzt nochmal auf Hochdeutsch. Ich bin's Horrorhuhn. Oh nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Es war so schön. Mir sind die Tränen gekommen. Sieht man das? ApoRed. Alter, es sieht halt echt so aus, als hätte ich gerade geheult, oder? Äh, wie irre. Also wir haben jetzt durch dieses Video hier erfahren, dass ApoRed ins Gefängnis gekommen ist wegen Horrorhuhn. Ja, komplett dope lit. Also deine Katze hat gerade irgendwie so einen heftigen Sprung gemacht und, ähm, aber das, also, das ist ja schön und gut, aber das krasseste am Video, fand ich, war deine Lache. Können wir die nochmal in Slowmotion haben, bitte? Okay. Okay. Luca Minus Shop von WE. Luca Minus Shop von WE. Luca Minus Shop von WE. Kauft alles seinen Merch. That's my motherfucking girl, guys. Am 1.12. meine Damen und Herren. Ihr seht schon eingeblendet, Werbevideo. Am 1.12. launcht im Luca Shop wieder eine neue Kollektion. Es wird so dope lit. Das ist das Zeichen für dope lit. Das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte mal wieder auf so ein paar Fanvideos von euch reagieren, die ihr mir auf Twitter zugesendet habt. Da könnt ihr mir auch gerne mal folgen. Wir sind gerade fastest growing Instagram-Account, den ich kenne. Äh. Also wahrscheinlich wachsen Kim Kardashian und so mehr, aber von den Deutschen, glaube ich, sind wir schon krass. Also Freunde, folgt mir auf Instagram. Ich heiße da laserluka. Genauso heiße ich auch bei Snapchat. Da könnt ihr sehen, wenn ich... Äh. Äh. Boah. Mir ist langweilig. Mach mal aus jetzt hier, Luca. Das war's jetzt hier vom Video. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwar andere Videos und wenn ihr schon abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Ja. Ja. Ja.